Einen... Und... Ich bin gespannt, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Alles klar, du hörst und hörst gut. Niemand fragt, dass ich nicht seit dem Verlust mit dir gesprochen habe. Herr Schiff, komm! Nein, ich ziehe dich aus. Steiner, raus! Da mit drin hängt. War ja nur ein Gefallen, den er uns gebeten hat. Ah, okay, wir sind wieder in der Szene. Gehen wir nochmal durch. Haben wir beim letzten Mal noch zum Schluss gehabt. Krusty olde Bastard. Warum musst du mich aus dem Kass? Ich mach das selber, was wir ähm... vorgestern gemacht haben. Ich hoffe, ich kann's reproduzieren. Steiner's just trying to cover his own ass. Hide behind regulations. Minimized damage. Not to solve the case. I thought he had bigger balls. Fuck. Learn something new every day, I guess. No doubt about it. This case smells worse than a two-week-old corpse in a storm drain. So many victims. Who's really behind it all? I don't know his name, but I can already tell what kind of man he is. Nothing but a delusional little fuck. Wants to be judge, jury and executioner all by his lonesome. Buries the needle on crazy. I try to stop thinking about it. Try to back away. Shut it down. For one simple reason. I'll tell you one thing for damn sure. If I knew where to look for that prick, fucking nothing would stop me. This city has a disease. Something festering. Somewhere deep down. Underneath the routine of concrete and steel. Below the predatory grin of the neon lights an infection has set in. It's like... Like everybody started having the same nightmares. Night after night. I know the dream. The one that makes me wake up drenched in sweat. Hard about to crack open. Scream locked in my throat. I'm sorry sorry. Oh, my heart was like him. I can't remember here. I can't remember this. I can't remember this. What did I take here? What did I take that last time? Control. Is something weird? Is something awkward? I think this. I think that's what I took. I was still talking about it. We'll get a little bit about something. I think this. Something's chasing me, and there's nowhere to hide, and no matter how fast I go, it's always faster, and I can hear it right behind me. Ah. Oh, fuck. Fuck. Ich glaube, es gibt ein Achievement, wenn wir mal ganz schnell, äh, die haben so umgehebt. Straßen. Amsterdam, Heaven, Heaven. Ist alle. Gut, auch nicht alle. Doch, ist alle. Ich bin ein supremely schütterer Tag. Glücklich für mich, ich habe nur das Ding, um es zu helfen, um es zu helfen. Okay. Oh, Zed. Man's a classic, true professional. He'll fix any machine you bring him, as long as you're not picky about where the parts come from. Another starless night. No surprise there. This much air pollution. Every night's starless. One of the most expensive restaurants in the city. And the tiniest fucking servings I've ever seen in my life. Pitiful. Oh, fucking disgusting. At night, they ventilate the ground floor plants. They say it's necessary. Necessary to dump even more pollution into the air. The fuckers. The opera. Take away the singing and the shit or break in the middle. And all you got left is your average daytime soap. Okay, ich glaube, wir haben ja alles gesehen. Was wir sehen können. Okay. Ich werde schon nichts raus aus der Stadt. Falls das überhaupt möglich ist. Ich spüre seinen Atem in meinem Nacken. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen angreifen. Vervollständig den Plan. Oh, für fuck's sake. Check engine again. Just had it in the shop last week. Fuck it. I'll take it out of Zed's hide later. Just you and me. I suppose I could have borrowed something from Icarus. Oh well. Too late now. Wir trinken nicht. Ich versuche das durchzuziehen. Wir trinken nicht. Was haben wir hier? All this risk for a fucking piece of plastic. Can't even tell what it's for. Sieht man an der Schimmkarte aus. Zur Waffe. Ist Edward Green tot? Aus inoffizieller Quelle haben wir erfahren, dass Edward Green seinen finalen Tod gefunden hat. Seit 100 Jahren gab es keinen Fall, in dem eine Echorietransplantation fehlgeschlagen ist. Was ist dann also die Ursache für diese Tragödie? Die schockierenden Schlussfolgerungen finden Sie auf Seite 2. Umstrittenes Gesetz ohne Veto. Der Präsident hat, ungeachtet alle zuvor geabmachten Versprechungen, kein Veto eingelegt, als es um die Abstimmung zur Herabsenkung des Alters zur gebührenfreien Körpernutzung auf 20 Jahre ging. Ach so. Die dürfen bis zum 20. Lebensjahr ihren Körper gebührenfrei nutzen und danach kostet es Geld. Jetzt. Das war die schwierigste Entscheidung meiner politischen Karriere. Aber als Präsident ist es meine Verpflichtung, diese Last zu tragen. Doch meinen Mitbeleidern verspreche ich, die vollständige Rede finden Sie auf Seite 3. Hat er das andere nicht auch versprochen? Wetter. Der Wetterdienst sagt eine ansteigende Luftverschmutzung voraus. Intensiver Verfahren zur Dekontaminierung. Wahrscheinlichkeit auf Gewitter und stark Regenlufttemperatur zwischen 13 und 15 Grad. Für den dickköpfigsten und talentiertesten Bastard, den ich kennenlernen durfte, Coach T.H. Na ja, immerhin hat er uns gekannt. Ich glaube, er ist nicht. Dann. Ich will jetzt nicht wirklich, das war das Aufhören. Ich will fahren. Oh nö, ich will da fahren. Ich will nix trinken. Shit. Äh, äh. Warte. Nee. Muss doch noch irgendwas anderes sein. Ich kann nichts tun. Boah, ich will nix trinken. Und... Licht aus. Die Wetterdienst hat sich in der Stadt geflogen. Jetzt neue Facts haben sich in der Zeit geflogen. Das wird euch live in nur ein Moment bringen. In einer exclusiven, speziellen Report. Ich weiß, wie Sarah ist mit der Sache. Hallo? Hallo, Sarah. Du hörst die Radio? Es ist die Mitte der Nacht. Zwei. Vielleicht, dass sie endlich etwas tun können. Hoffentlich. Ich weiß, dass wir nicht mehr mit uns involvieren können, aber jemand muss ihnen sagen, dass genug ist. Sie wissen, dass ich gar nicht auf die erste Begründung verabschied habe. All das Geld war auf Leben. Wenn ich einen Jahr später paye, dann wahrscheinlich nicht hier sein würde. Oh. Ich bin sorry. Ich wusste nicht. Ich weiß nicht. Tausende Menschen in dem gleichen Boot, jedes Jahr. Nicht jeder macht es. Und diese Scheiße wollen, welche kleine Chance sie haben. Wie können sie? Ich weiß nicht. Politiker sind keine Menschen. Sie sind scheiße. Das ist richtig. Die Menschen leben auf diese Entscheidungen. Sie sind die entscheiden, ob Sie in der Fräse oder nicht sind. Cool off. Du bist jung. Oh, fuck off mit dieser Scheiße. Ich kann wirklich nicht verstehen. Ich meine, sie wussten über die Konsequenzen. Wie können sie einfach machen solche Entscheidungen zwischen trinken? Wie, dass die Menschen nichts bedeutet? Ist es noch keine Moral-Boundaries? Ey, der fällt gleich runter. Alter. Jetzt gibt es noch. Das Unterscheinengut. Und, ähm, ist er? Nein. Äh, die ganzen gibt es immer noch. Boundaries still exist. We may not cross them. But some people are just evil. And don't try to understand them. Why? Because they're bastards. And only other bastards can understand them. Okay, hang on, Mr. Pessimism. Did you just admit there are good people in the world? And they include us? Let's hope so. Otherwise we're in deep shit. Okay, that sounds more like you. I was starting to worry. You know, I didn't think it was possible, but... Looks like we're on the same page. James, can I ask you something personal? Yeah. Sure. Go ahead. Do you believe in life after death? The real one? And I thought I was the drunk one here. Well, apparently in the past, people used to ask stuff like that all the time. Because the average lifespan was less than a hundred years. And now? Can we believe in anything beyond this? Okay. Wait a sec. What is it, if it's just the transition we're playing? It's always such a question. But if such a thing is happening... But the question is... If the person has the chance to have, his whole consciousness and his whole consciousness just to transform into other bodies. Of course with the breaks and co. Of other bodies. And I think that's not a question of a religious nature. Because we don't know what's happening. There's no one who came back and said... I'm sure I do. Rachel believes it too. Fuck. I'm sorry. I... I forgot. I overstepped. Relax. Nothing happened. What if you could choose? The bank. Or death. Oh shit. What do you learn about this? It's no one's okay to say... What do you want? We're distinct from technology and so on... But is it that, what do you want to do? Where do you want to live? I don't know any дум думest. Wie es auch aussieht, aber ich mir vorstelle, jeden Tag, ich sehe hier nicht mal Licht, kein Grün, architektonisch, aber jetzt keine Schönheit in dem Sinne. Vielleicht würde ich Rachel in einem besseren Welt treffen. Es ist eine schöne Vision. Ich hoffe, es ist wahr. Du. Verdammt. Bloody hell. James? James, was ist passiert? Das war deine Entscheidung? Die Charms von einer E-Class Schell. Ich habe es von einem Junkie. Still having Synchro issues? Ja. A whole list of shitty side effects. Das ist das, was ich schweig. Das ist lustig. Ich habe die schlimmste Schäke in der Toilette. Das ist vielleicht der letzte Schäke. Das ist das, was der letzte Schäke liebte. Das ist das, was der Kondition. Das ist die Schäke. Das Schäke. Wenn der Körper ein bestimmte Signal hat, ist es trainiert, zu reagieren. Ich erwarte die Drogen. Okay, got it. Du bist derjenige, die in der Schule gemacht hat. Du schützt dich die SYNCHRO-Tests? Du schützt dich Ambrosia? Ja, ja. Ich bin ein Exemplarer-Citizant. Es ist wichtig, dass du es tun. Danke für dich. Das ist mein vierte Körper. Ich kann es tun. Was sind die SYNCHRO-Ischüsse? Was hast du gehört? Ich weiß nur die SYNCHRO-Ischüsse von Polis, und sie sind nicht sehr lustig. Ich habe gehört von einem Mann, der SENSEN hat die Plätze gewechselt. Extreme SYNCHRO-Ischüsse. Er hat die Farbe gehört, die Musik auszucht, und er hat die SYNCHRO-Ischüsse, wie er sie physisch bemerkt hat. Ich weiß, was ist das SYNCHRO-Ischüsse. Er hat gut gemacht, bis er in einem Schraub-Truck-Achziden ein Morgen. Whoa, hat er ihn geflogen? Nein, er hat ihn stehen. Die SYNCHRO-Ischüsse hat ihn geflogen. Well, as for your issues, how did the last Igerite transfer go? Why do you ask? Well, did it go smoothly, or did you feel something along the way? Hallelu, Schallelu. Well... Apparently, we're unaware during the transfer, but... Damn. I remember the burning and itching all over my body. I thought I was going crazy. Seth, or my partner, said something was weighing him down. He also knew a guy who felt like he was falling off a cliff every time he changed bodies. It's probably nothing unusual. I don't worry about that. I don't know. Attention! Vehicle in a drift-prohibited zone. Hands up! What are you holding? Seriously? Don't you have anything better to do? I advise you to cooperate. What's your name? I'm on the jaw, for fuck's sake. You will be held responsible for making false statements. So tell the fucking truth. What are you doing here? I'm resting after I fucked up half the city with a train. Two weeks ago? Maybe you heard about it. I have his data. James Cara, badge number 984. He's the department of mortality, but not active in the system. Holy shit. It really is that psycho from the train. One last time. What are you doing here in the middle of the night? Just picking up some extra cash on sick leave. Ventilator cleaning. Smells fucking horrible. Pays decent. Shit. James, there's a bolo from the car from Icarus. Hey, check that out. How did your vehicle get those marks? Oh. Good question. Shit, he was already like this when I picked it up at the workshop. Got it from Zad. You guys know him? Old bastard gave me a voucher for a car wash. Good luck finding one open at this hour. Shit! Polo for a 99 Bluebird! Hands in the air! Don't move! Toe the car right now! What are you doing here? What are you doing here? What are you doing here? Hand of the fucker. Hey! Durang-Mu! Hands where we can see him! You should get rid of the evidence from Icarus. No. Fuck! They're gonna take us both in! I don't work at the case. Guys, guys, come on. Can't we just talk? One cop to another? Let me explain. I'm sure we can sort it all out. James, you stupid cunt! Will you just shut the fuck up? You're making it worse! We're placing you under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. Attention all nearby units. Burglary and process of the jewelers. Order of 11 to 58. 4117. Repeat. All nearby units. Stats. Repeat. Burglary and progress. Order of 11 to 58. 4117. We're having, glaube ich, Glück. Fuck this guy. Let's go. Ach, die haben wahrscheinlich unser Fahrzeugladen gelegt. Ich finde das so cool, wie sie die alten Karren aus den 50ern almost got us. Did it work? Did they take the bait? Bait? Did you call in a fake burglary? Uh-huh. It was all I could think of. Well, well. I'm impressed. Thanks for saving my ass. One thing though. Cunt? Seriously? I panicked. Hat er nicht gelernt? Hau ab, man. Okay, James. I'm no expert, but the universe seems to be telling you to go home. You believe in science? I believe it's 2 a.m. and I'm getting sick of you. Wait. We still have to talk about the investigation, but there are a few things that bother me. Well, keep it short. Kovalev is central to both cases. We need to figure out his motive. Hmm. If you look at the pieces of the puzzle carefully, there's something about everyone that doesn't fit, right? Exactly. I think I know what it is. It's paranoia. You know the saying the sleep of reason produces monsters? Put down the vodka and rest. It'll pass. Oh, Sarah. I have a lot of demons in me. Then take those demons home and put them to bed. Over and out. It's going to be a passable. Der Höhlen-Trip lernt einander besser kennen. Okay. Das sah eben aber mal anders aus. Der Höhlen-Trip lernt. 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 Rachel! Was? Das hatten wir schon mehrfach gesehen, ne? Wie Nervenbahn oder so. Okay. Ich sollte nicht so fahren. Spiele und was los? Das ist eine Wegelgadrie. Wir haben die Medien. Sie haben die Gute. Es scheint die ganze Stadt zu schnauern. Und ich fühle mich noch eine feste Atmosphäre. Wir fangen auf der Feuer, singen Sons, diskutieren über die Politik. Dank an der Charade, Sie lieben sich für ein weiteres Jahr, dass dein Leben wichtig ist. Scheiße. Ich muss nach Hause gehen. Was auch immer hier passiert. We will forward. Kleine Revolution, Aufstand. Schade, wir können uns diesmal nicht hinsetzen. Oh, wer ist das da? Leute gehen auf die Barrikaden, ne? Oh, wer ist das da? Nicht gut. Danke. Welcome home. James, Cara, ich empfehle die sofortige Dekontamination. Das Level der Dekontamination der Schelle ist über alle Normen. Ich weiß, ich weiß. Der Synchronisation-Test wird bald stattfinden. Bitte nicht das Apartment für die nächsten 24 Stunden. Ähm... Hier hat jemand... Hier war jemand in der Wohnung. Wo sind die... ...Drucks? Jemand ist eingebrochen bei uns. Das Spiel im Feuer. Nur, dass ich's nicht nutzen könnte. Ohne Weiters. Jemand weiß nicht, wer der Mörder ist? Wie habe ich... Ohne Weiters. Hey... ...Dosn't der Hero die Ende des Endes? Ja. Ich bin froh, dass er versucht hat. Und wenn du mich aufhörst? Du willst mich aufhörst? Du willst mich aufhörst? Wenn ich nicht von dieser Schausch und holen meine Drugs... ... werde ich sterben. Drugs sollte in der Küche sein. ... oder das Rest Room. Vielleicht aufhörst? Oh, jetzt sind die Hotspots da. Verdammt. Nix drin. Was? Mist. Ich weiß nicht, ob das gut ist, was wir da sehen. Leer. In ancient cultures, the Moirai were an allegory of destiny. They represented the brutal laws that governed the world and only exceptional mortals could gently influence them. No. That sounds weak. Okay. Okay, wir drehen durch. You look terrible lately. Try to smile a little. Just a little bit. Die Tabletten. Okay, da war was anderes. Da waren viel mehr Tabletten drin. Oh, oh. Oh. Verdringen die bloß die Symptome? Hä? Rette den Baum. Ja, sorry. Please don't die. Irgendjemand hat den kaputt gemacht. Okay, das sind bloß unsere Allergien. Oh, okay. Icarus in Flammen. Das Luftschiff, das jahrelang den Himmel von New York geschmückt hatte, stürzt über den Straßen von Brooklyn ab. Dank des mutigen Einsatz der Polizei konnte der Schaden auf ein Minimum beschränkt werden. Die Ursache dieser schockierenden Katastrophe bleibt unbekannt. Und inoffizielle Quellen gehen davon aus, dass es zu einem Ausfall und einer Explosion des Hauptmotors gekommen sein könnte. Eine Liste der potenziellen Opfer auf Seite 2. Zunehmende Unum. Das umstritten Gesetz, das die gebührenfreie Körpernutzung ab 20 Jahren erlaubt. Ach so. Ab 20 Jahren, dass das andere den Körper nutzen kann, also dass die der Körper genommen werden kann. Und das fehlende Veto des Präsidenten werden Auswirkungen haben. Die von uns durchgeführten Straßenumfrage zeigt deutlich, dass sich mehr als 80 Prozent der New Yorker von den Machthabern betrogen fühlen. Und das Vertrauen in sie völlig verloren haben. Kann diese wachsende Unruhe besänftigt werden? Kann nicht. Ich glaub, das gibt richtig Terror. Wetter. Sagt starke Luftverschmutzung, intensive Verfahren zur Dekontaminierung und ein Sturm mit saurem Regen. Woher bleiben Sie, wenn möglich, zu Hause. Das ist Zugdesaster. Das ist das, was uns getroffen hat, ne? Letzte Nacht wurde für die Menschen in Central Harlem zu einem Albtraum. Ein Zug entgleist und verursacht den Menschen Scharen. Dutzende Menschen wurden in das Zentrum für Bewusstseinsübertragung eingeliefert, darunter zwei Agenden. Es wurde keine offizielle Ursache für die Katastrophe genannt, obwohl es zahlreiche Berichte über Explosionen und Schüsse gab. Die Polizei gibt keinen Kommentar ab. Wir haben die Polizei gelegt die Schüsse. Das haben wir schon gelesen. Das sehe ich gerade. Das hatten wir schon gelesen. Das sehe ich gerade. Okay, das war... Gibt es da irgendwas anderes? Es gibt nur die eine E-Mail, okay. Ich gucke mal kurz rum. Das ist draußen nochmal was. Ich gucke mal raus. Die Unruhen sind noch. Der macht immer noch Stress da draußen. Der Test. Das ist das? Okay. Logged. James, Kara. Welcome back. I'm starting the Synchro Test. Please take a deep breath and imagine a safe space. Feel the ground under your feet. Excellent. Very literally, but perfect. Please select a seat. New York Hellhounds. 5, 6, 9, 11, 12, 15. 10, 13, 12, 5, 6, 11. Da steht aber 14. Und 13. Muss das nicht 15 sein? Jedenfalls, die New York Hellhounds gewinnen. Oh, da sind die Führung. Tore. Wir können uns jetzt einen Stuhl aussuchen. Okay. Meine persönliche Meinung, so schön der ist, aber bequem sieht er nicht aus. Und ich weiß, dass die schön widmen können. Unsere Tod ist eine schwierige Erfahrung, die wir natürlich von der Bewusstsein repressen. Um das zu schmutzige Funktionen in dem neuen Körper zu ermöglichen, müssen wir die letzten moments of our lives and... And together face the trauma of the last death. Yes, I know. I'm sorry. Before we get to the point, please recall the first death. It was just an injury. I just changed my body. And my old shell went to the Hall of Fame. It looks pretty good there. Please start calibration process. Okay, jetzt aber fahren wir ein bisschen was von seiner... Das war eine Regel. Calibration, successful. Thank you. Let's go to the memories. It's time to confront them. Proceed to the next stage. The key to synchronization is the ability to put the past into perspective. Please, you are at the peak of your abilities and career. Have you ever thought about buying a Synchro Plus program? Thanks. I can't afford it. No worries. Common tests work just as well. Please, continue. Okay, wir waren im frühen Leben profi. Baseball-Schmied. A new body, a new chapter in life? I had no choice. I didn't synchronize with the new shell like I did with my original. Positive rate threshold is 80%. And maybe for you, in sports, a fraction of every percent counts. Demzufolge war sein, war sein Leben letztendlich kaputt. Also nicht mehr das, was er, was er gern getan hat. Oder konnte. Äh, Caps ist scheiße. Kann ich das umändern? Caps ist wirklich eine Scheiß-Taste. Ähm. Hinweismodus. Ähm. Das geht. Okay, wir nehmen Gehe. Ach, so ein Hinweismodus ist das. Das braucht man nicht. Und dann Agent, ja, Polizist. Ja, wir haben einen Polizist. Finding yourself in a new reality is a huge challenge. Turns out I have a knack for this job. Do you miss your job? You don't even realize. Let's move on to the last death event. Der war da im Nibzug, oder? Ah, ja, mein Gott sei. Ja, mein Gott sei. Ich werde es aus meiner Erinnerung bekommen. Ein Schreie, ein Schreie, ein Schreie, und... Excellent. Um, wirklich? Ich hatte eine Chance, um ihn zu spüren. Aber meine Schreie war, obwohl ich ihn verletzt habe den Tag vorher. Wer willst du spüren? All I remember is, we were on a mission, me and Seth. Powerful explosion. I think it derailed the train. My ears were ringing, and... Fuck. I don't remember. What about Seth, and the one you were chasing? Can you focus on them? Oh, so many bodies. I had to get him. This meant his justice. The bastard kept... eluding me. the one you were chasing. It must be a matter of time. The one you were chasing. Ich weiß, dass er hart getroffen hat, aber das... James, hast du dir selbst verletzt, was er zu ihm passiert? Wir haben ein guter Job. Er wusste die Risiken. Aber ich war seine Partner. Er hat mich verletzt. Er hat mich verletzt. Unstable Simulation. Wir müssen jetzt aufhören. Okay? Jetzt? Jetzt? Wenn ich eine Chance habe, um den ganzen Test zu passen? Ich werde das nicht verlassen. Ich kann nicht. Ich werde es enden. Und ich werde zurück, wo ich bin. Warum? Aten! Dynamik Element detected! James, es ist bedrohend. Es könnte projection, nicht recollektion. Das ist ein Mann. guckt mir das an an diesem tag 2317 das ist das haus wo gerade nein nicht springen sie hat selbstmord begangen